Musik Hallo und herzlich willkommen hier im Fergustal Palmanova Hotel in Palmanova auf Mallorca und ich darf begrüßen die Direktorin des Hotels, Marmen Garcia, herzlich willkommen. Und die Rezeptionistin Zita, die für uns ein bisschen auch Deutsch übersetzen wird. Wir wollen das Fergustal Hotel vorstellen, das Partnerhotel der zweiten internationalen PIX Lounge hier auf Mallorca, die morgen am 17. Juni stattfindet. Meine erste Frage, das Fergustal Hotel ist ein Vier-Sterne-Hotel. Ja, das Fergustal Hotel ist ein Hotel von vier Strenzen, situiert in der Palmanova, die ist eine der besten Zonen der Palmanova-Zone. Ja, unser Hotel ist vier Strenzen und es ist in Palmanova und Palmanova ist echt schön hier in Mallorca. Aber Fergust ist doch eine komplette Kette. Fergust Hotels gibt es noch an anderen Standorten, richtig? Fergust ist eine Kette, die in Mallorca beginnt in Mallorca. Wir haben 9 Hotels in Mallorca und wir haben ein Hotel mehr in Ibiza. Und wir beginnen mit einer Progression viel größer in anderen Zonen der Peninsule und wir stenden uns viel mehr. So, das ist eine Kette. Wir haben hier 9 Hotels auf Mallorca und 1 auf Ibiza. Und wir versuchen jetzt noch auch Festland ein bisschen da was krabbeln. Also Expansion. Expansion, ja. Was ist die Besonderheit dieser Hotels? Die sind ja toll eingerechnet, die haben ja diesen ganz frischen Style. Was unterscheidet das Fergust? Somos un Hotel referente in muchas experiencias para nuestros clientes. Tenemos, bueno, toda una decoración mucho más fresca, sensual. Nuestros clientes se sienten muy cómodos porque es un Hotel donde innovamos in muchas de nuestras servicios y en nuestras instalaciones. Was sind die Besonderheiten hier am Standorten Palma Nova? Tenemos la mejor Situation dentro de la Playa Palma Nova, que es la Playa Descarregador, que es la que tenemos enfrente. Y además es un Hotel con unas vistas espectaculares. Fotoshoteles no las tienen. Weil hier unsere Beach, das ist eine sehr, sehr schöne Beach hier auf Palma Nova und dass wir die erste Linie haben und unsere Ausflug. Englisch die First Row heißt das immer, ne? Ich darf mich ganz herzlich bedanken für dieses kurze Interview hier aus dem Fergust Style Palma Nova Hotel. Wir freuen uns sehr, Partner sein zu dürfen für die Pix-Lounge morgen beziehungsweise diese zwei Tage mit unseren Gästen bei Ihnen im Haus und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Muchas gracias. Muchas gracias. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020